Dann konzentriere dich mal auf einen Punkt zwischen den drei Fingern. Atme tief ein, halten. Schlaf tiefer und tiefer in die Entspannung. Mit jedem Drehen des Kopfes vertieft sich die Entspannung nur noch mehr. Wenn ich den Kopf loslasse, geh noch tiefer in die Entspannung. Du stehst jederzeit sicher und fest und lässt dich nicht umfallen. Jeder einzelne Atemzug, jedes Ausatmen vertieft diese wunderschöne Entspannung von Kopf bis Fuß. Jeder einzelne Atemzug schafft das. Und ich nehme jetzt deinen rechten Arm. Dein rechter Arm bleibt jetzt hier und der Finger, der steht hier so nach vorne und wird jetzt hier vollkommen fest. Hier die Faust ist auch vollkommen fest und vor allem hier der Zeigefinger ist vollkommen fest. Der wird jetzt auch ganz unbeweglich und wenn du gleich versuchen würdest, den Zeigefinger wieder zurück zu bringen, ist das einfach nicht mehr möglich. Denn der Zeigefinger ist unbeweglich. Dann öffne mal die Augen und teste auch mal den Zeigefinger jetzt hier zu bewegen. Versuchst du es schon? Wie fühlt sich das an? Komisch. Und schlaf tiefer und tiefer in die Entspannung. Ich werde von 1 bis 3 zählen. Bei 3 fällt der Arm zurück. Er wird dann auch wieder ganz locker und auch ganz besonders der Zeigefinger wird und wieder locker und der Arm fällt zurück. 1, 2, 3. Schlaf tiefer in die Entspannung. Mit jedem Geräusch, Ton, Wort und Atemzug. Und ich werde von 1 bis 3 zählen. Bei 3 öffne die Augen wieder. Du bist dann wieder ganz wach und fühlst dich wunderbar entspannt. 1, immer wacher und wacher. 2, immer wacher und wacher. Und 3, öffne die Augen. Wie fühlst du dich? Gut. Wie war das, den Zeigefinger nicht bewegen zu können? Sehr seltsam. Also es war so wie eine imaginäre Schiene um den Finger umgewickelt. So weit sich das einmal fühlt? Ja. Kann ich das für das Tennis spielen von meiner Handgelenke haben? Fürs Tennis spielen? Ja, das ist geil, wenn ich die Handgelenke knicke.